hallo ihr lieben ihr hört es rumpeln hier um die ecke trampelt so ein einäugiger uni durch die gegend wir suchen in dieser stadt einen eventuell untreuen ehemann wobei bei den ganzen yokai hier würde ich sagen nee der wird nicht untreu sein der wird schon ziemlich tot sein ich habe mich aber im letzten mal gefragt weil wir schon recht weit waren ob hier nicht eventuell ein schrein in der nähe sein könnte ich habe zugegeben ein bisschen geschummelt und habe nachgeschaut weil ich ja schon mal einen bei der letzten mission war sehen habe bei der letzten hauptmission und auch voll dran vorbeigelatscht wäre aber hier dürfte eine abkürzung sein richtung den ersten schrein den anfangsschrein jetzt müssen wir natürlich schauen dass wir nicht jetzt auf den letzten meter noch irgendwie platt gemacht werden das wäre etwas ungünstig so der sieht uns hoffentlich nicht mehr da lungert noch keiner rum ah pfeil und bogen ich liebe pfeil und bogen so praktisch ich hasse dieses gewitter hier ist furchtbar und zwar müsste irgendwo ein großes tor sein dass wir aufmachen können da ist es ja da ist aber auch so ein kleiner yokai die sich in große yokai verwandeln können habe ich auch gesehen als ich nachgeschaut habe wenn man ihnen zu viel zeit lässt man man das wäre jetzt beinahe schief gegangen eieiei so da steht noch ein großer der ist aber beschäftigt ich hoffe der bleibt auch beschäftigt dann machen wir nämlich hier auf hier wäre ich nämlich fast nicht hingelaufen weil der kleine da rum steht so und jetzt müsste genau hier der Schrein sein, perfekt haben wir genug Amrita nee, haben wir nicht lohnt es sich dann hier zu beten wahrscheinlich nicht habe ich noch so ein Geiststeiner wie viel brauche ich denn zum hochleveln Status Amrita steht das hier irgendwo wie viel ich brauche bestimmt 9000 oder so aber ich hatte doch Geiststeine glaube ich gesammelt Geistersteine hier die geben jeweils 500 das heißt ich kriege jetzt 2000 das heißt es sollte reichen, oder? Lieber doch nochmal vorsichtshalber nicht schreien 9000 okay, nee, dann passt es hatte ich doch 500 mal 4000 2000 7, 8, 9 ja, passt nicht, dass ich hier mich komplett vertan hätte das wäre ärgerlich gewesen so was nehmen wir denn? Ausdauer? Stärke? ich weiß tatsächlich weil ich nachgeschaut habe auch was mich grob erwartet und ich hatte ja beim letzten Mal gesagt es könnte ja mal die Zeit kommen wo ich mit der Axt nicht weiterkomme das könnte jetzt sein ich habe ja noch meine Doppelschwerter die sich mit Fähigkeit eigentlich verbessern aber hier guck mal Stärke geht auch besser dann würde ich doch fast auf Stärke gehen dann kriege ich auch mehr Fähigkeitspunkte okay, Impuls wird besser, ne? hm nee, dann bleibe ich nämlich hier auf meiner Ebene mit der Stärke dann bin ich nämlich weiter in meinem in meinem Levelplan das ist vielleicht gar nicht so verkehrt dann machen wir Stärke so dann haben wir nämlich die Doppelschwerter auch ausgerüstet ich habe noch nie mit den Doppelschwertern gekämpft das könnte ein Problem darstellen so tatsächlich noch nie mit den Doppelschwertern was gemacht ich versuche es erstmal mit der Axt ich meine, wir haben ja jetzt hier gespeichert es kommt nämlich jetzt gleich ein Bossgegner einfach nochmal speichern keine Ahnung, was mir was bringt so ähm jetzt haben wir den Kleinen da natürlich wieder der ein großer werden kann ich habe die Steuerung immer noch nicht wieder richtig drauf das ist ein wenig ärgerlich so, hier war doch noch einer der da, genau ich weiß nur nicht wie ich jetzt da hinkomme ich weiß hier dürfte irgendein Boss sein aber wir hatten ja auch schon kurz die Anzeige dass hier irgendwo ein Boss ist ist nur die Frage, wo hier ist es schon mal nicht da ist nochmal so ein kleiner Drecksack okay wieso bin ich denn eigentlich gerade auf dem hohen Stance das will ich doch gar nicht schau dich nicht um keiner hin denn hier oh war wohl eine gute Idee auf Stärke zu investieren ach, guckt mal wem wir da haben ich nehme dir gleich mit genau und hier geht es irgendwo Richtung Boss sehe ich jetzt gerade auf der Karte wie komme ich jetzt an den fetten Kumpel vorbei so ich hoffe, hier kommt nicht noch was hm okay irgendwas ist hier nochmal hier ist irgendwo ein Gegner oh nee, das ist nee, das ist eine Leiche der ist wahrscheinlich auf dem Dach hier ach nee okay was kriegen wir hier Schönes Rüstung, Rüstung, Rüstung Rüstung ist schon mal gut okay nehmen wir mal nehmen wir mal nicht das können wir auch obwohl ha Yo-Kai-Schutz hier haben wir Blitz und Gift es donnert hier und ich weiß ja grob, was mich erwartet vielleicht nehmen wir das doch erstmal Moment mal äh aber ich bin jetzt nicht überladen nee, bin ich nicht gut Osttorschlüssel okay habe ich den gebraucht jetzt wie dicht muss ich dran dass der Dicke mich sieht okay der bleibt auf jeden Fall hinter der Tür das heißt ich kann mich schon mal hier lang schleichen und den muss ich da wahrscheinlich durch das große Tor das dürfte dann das Osttor sein ich hoffe jetzt der sieht mich nicht okay was haben wir hier noch ums Eck nix okay und den Kumpel haben wir aber aha du bleibst aber wo du bist ich werde doch jetzt eh sterben das wissen wir doch schon das wissen wir doch schon ja ich würde schon gerne leben und umkehren würde ich auch gerne mir geht nämlich schon wieder die Pumpe wie blöde aber wow 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 okay lief ja super wie zu erwarten war wie zu erwarten war so ich flitze jetzt einfach durch gut dass ich noch den Schrein erwischt habe oder Oh Gott! Wow! Okay, der ist nicht einfach! Schnell Schaden machen sehe ich ein Ich habe nur keine Ahnung, ob das was bringt. Ich versuche es einfach. Okay, das wird Arbeit machen. Mal schauen, wie viel Versuche ich brauche. Also einfach nur darauf zu rennen. Klar, bist du auch gleich tot mit den Blitzen. Es wäre auch zu einfach sonst hier. Aber ich habe ganz schön Schaden mit den kleinen Schwertern gemacht. Ich werde jetzt mal schauen, wie viele Versuche ich brauche. Ob ich überhaupt irgendwie einen Weg finde. So. Und ihr werdet mich dann hoffentlich triumphieren sehen. Hä, irgendwann. Irgendwann. Ja. 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 Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wow. Das war's für heute. 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 Okay, ich brauche 9.500. Ich habe wahrscheinlich nicht genug Geiststeine, oder? Nee, selbstverständlich nicht. Na gut, na gut. Ja, ich glaube, wir können Schluss machen für heute. Was ist denn das hier? Kann ich das aufhauen? Nee, kann ich nicht. Schade. Nee, und jetzt ist hier natürlich zu. Kann ich es öffnen? Scheint durch eine Kraft verschlossen zu sein. Nee, gut. Nee, dann sage ich, wir machen Schluss für heute. Mein Herz bubbert, ich brauche erstmal ein Päuschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann. Ciao. Ich hatte nie einen solchen Raum unter dem Da-Sei-Fuku erwartet. Schön für dich. So, okay. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Jetzt aber, tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Mann, 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 Mann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.